Leipzigs älteste kulturelle Einrichtung und darauf ist man auch persönlich stolz natürlich. Man darf auf jeden Fall nicht denken, dass es hier keine Schwierigkeiten gibt. Wir sind immer noch ganz normale Jungs. Ich versuche eben immer wieder deutlich zu machen, ihr seid an einer großen Sache beteiligt und beteiligt euch auch wirklich groß. Musik Also für mich ist das ja alles neu. Ich hatte gestern, musste ich zweimal weinen, ich hatte großes Heimweh. Musik Wenn man dann erstmal ein, zwei Jahre hier ist, dann will man normalerweise nicht wieder weg. Ich habe da auch schon so ein bisschen Angst davor. Wie gesagt, ich würde eben gerne bleiben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020